Hallo und herzlich willkommen backen neuen Projekte von uns. Ja das Projekt wie immer noch im Mindbeast. Ich bin bei der achten Folge und wir haben einen neuen dabei. Den stelle ich gleich vor. Davor eine ganz kleine Info. Ja die Monster sind wieder an. Wie auch der Hungerschaden und ja. Ich würde sagen der neue darf sich kurz vorstellen und ja dann fangen wir gleich an. Jo hallo ich bin BlackRack und relativ jetzt auch neu auf YouTube. Ich mache auch Videos und ich kenne auch den Dome sehr lange Prozent und ich habe immer gefragt ob man aber meinten es mitmachen kann und er hat ja mit Ja zugestimmt und ja jetzt bin ich hier auch auf dem Server und da gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen Nö nicht viel aber ich glaube bis das Versuch und ich habe schon hier eine halbe Jahr gebaut warte mal eben ich komme gleich du bist noch sporn gern ja ich bin dann auch mal Richtung Berge glaub ich zumindest Richtung Berge okay und irgendwo muss da so ein Sand-Villager-Dorf sein glaube ich ich weiß selber nicht mehr wo lang da hier ist so ein so ein schwarzer Block ey ich muss das zum Essen machen warte mal eben weil jetzt ist nämlich die Monster sind an sprich auch Monster-Schaden ist an weil das war ja lange ein Bug bei VTBs, dass es nicht funktioniert das geht jetzt wieder und daher müssen wir uns ein bisschen ausrüsten und unser Haus für die erste Nacht wirklich korrekt machen und uns erst mal am Essen machen, weil das ist ganz wichtig Lauf mal Richtung Villager-Dorf irgendwo ist da so ein wie soll ich es nennen so ein Villager-Dorf aus Sand bei der so Sand-Bio du machst doch oben eine Minimap ja die kann ich die Karte groß machen auf ich glaube X ja auf X da ist so ein Villager-Dorf also ich da ist so ein Villager-Dorf, so ein Sand-Bio musst du gucken ich laufe mal Richtung ok da hinten ist Schnee komisch Schnee-Bio, ne ja Schnee waren wir auch aber das ist nicht da ist nicht da ich laufe mal ich seh' dich du bist 320 Blöcke von mir entfernt guck doch mal gerade aus wenn du solche braunen Flecken ja du musst auch du musst in die Richtung gucken ich seh' dich ich laufe grad hier entgegen 60 Meter ah da ok kommst du? ja ja ich komm alles klar ok ich kann dir ja ne kleine Ausrüstung zum ersten Mal geben so ne erste Mal Ausrüstung Prost ja ok dann laufen wir zurück Alter hab ich schon mal der Hunger ah hab ich meine Haxe verloren fuck wo liegt die jetzt? hab ich jetzt grad... hä? egal scheiß drauf kannst du haben wenn du so findest ah da ist so nein ist mich reingefallen so dann mal da entlang so oh da ist Kohle war da uh hier ist ja ne Bergband uuuh ich kann nicht mehr sprinten scheiße ja ich muss auch gleich was fressen ja ich hab selber nix zum fressen alter weil davor war hier ja bei Fiti bist Bug und da ging nix da kommt man kein Monster an machen und somit auch keinen Essschaden weißt du und da wollen die Hungerbikes nicht weniger und jetzt hab ich das wohl vergessen und jetzt ist es an und jetzt... ja was hab ich denn hier drin noch boah hauptsache hier steht so ein Boot einfach mal auf ja 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 die anderen die bauen hier Puff überall hin so dein Häuschen hier ja mit niemand anders aber ich hab nichts zu essen ich würd sagen Leute wir bauen ganz kurz den Bohnen hier fertig und machen ähm alles hier mal schön fertig und dann ähm paar Schweineschlachten gehen weil ey jetzt ähm ist Hungerschaden anspricht auf Monster Schwert ich glaub ich mach dir erstmal ein Schwert ne äh Spitzhacke äh Spitzhacke doch Spitzhacke und eine Achse wenn du kannst ähm ja kann ich ganz kurz dann würde ich mir schon mal anfangen hier ein bisschen Holz zu sammeln ist okay wenn ich in der Holzachse mache oder ne Stein hab ich auch Stein hab ich auch warte kann der Stein machen ganz kurz bap 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 so also das war egal ne wo ich baue ja jetzt nicht irgendwas unnötiges bauen aber ach Quatsch ne ich mein so jetzt wo ich bauen wäre mein Haus ach so ja das ist dir überlassen also wir sind halt ne das ist halt ein Gemeinschaftsprojekt also du musst halt immer gucken dass du ähm irgendwo da baust wo halt auch ähm wo du niemanden störst ja ja ok ich weiß schon wo dann dann ist doch gut so dann gebe ich dir grad deine Sachen und es wird schon dunkel will ich jetzt sagen ähm du hast kein Bett gell scheißen Dreck ne noch nicht wo bist denn du immer her und ok ähm ganz kurz hier komm mal her scheiße ich hab hab ich genug Wolle warte mal eben da bitteschön bitteschön so jetzt muss ich grad mal kurz gucken hab ich genug Wolle weil da könnte ich hier Bett machen marble ah fuck ich hab keine Wolle oder oh nee Timbermod ist nicht drin ne 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 Timbermod ist allgemein bei vieles nicht so ja kann man zwar einbauen aber das ist irgendwo müssen wir es noch ein bisschen wie Minecraft halten Timbermod ist schon nicht mehr Minecraft like ja 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 komm rein einfach auf die Seite dumme dumme hd.de gehen und da in die Kommentare schreiben unter das Video weil ich brauch hier echt ein paar Anregungen für das Haus ähm ja genau ja genau wir haben noch gar nicht besprochen wie finde ich dich in YouTube ah genau äh mein YouTube Kanal ist äh youtube slash user slash my black crack my black my black crack ne zusammen geschrieben ja also nochmal ich sag's nochmal äh user ne youtube slash user in der Beschreibung stehen ja ja das eh aber ich sag's immer nochmal gerne also ähm äh youtube slash user slash äh black crack gell my black crack my black crack okay my also mj ja alles klar ja mich könnt ihr finden unter domme hd.de unter meiner Domain ähm und ja jetzt kann kurz warten hier so mein Holz äh mein glas Holz genau so so ich roll mal hier paar Bäume weg ey ja ja was sagen sie wieder hinsetzt alles ganz gut ist es ganz okay ja wir könnten ja das so machen wir wollen wir die Bäume weg und machen einfach so eine Baumplantage weißt du wo wir dann die so ganz äh in einer Reihe dann aufbauen also pflanzen werden und dann immer wenn wir abbauen immer die neuen Teile werden ja muss man eh das ist eine Regel also muss man einfach machen weil sonst sieht es auch hässlich aus ähm ähm äh so mein Haus ist soweit also ich glaube ich bin einer dabei das jetzt gerade im Projekt so ähm ähm ja das ist immer ganz äh die Webbench die kannst du mitnehmen alles was einfach nicht in dem Haus steht kannst du alles mitnehmen kannst du alles klauen alles klauen alles klauen alles klauen alles klauen weil es dann sollte die Sachen möglichst nicht äh einfach im Motivieren lassen sonst kannst du es einfach nicht nehmen ist scheißegal okay so dann machen wir uns das man fällt würde ich sagen ja die haben die anderen geklammert eine wurde die Conny wurde ich auch in der Höhe so was von die boah wie schnell die sind alter krass ja ja da musst du aufpassen das sag ich dir so wir haben auch mehr HP ne äh ja ich glaube weiß ich ganz genau aber bei Hexed ist es ja ähm dass man HP sieht ne ja ich weiß wenn du willst kannst du auch ein Hexed Projekt von mir mitmachen das kannst du auch machen wir suchen da eh noch jemanden äh wenn du Hexed gerne spielst weil ich suche eh noch ein paar zwei drei Leute weißt du ja ich hab ja wieder auch mal Bock auf Hexed ja ich auch Hexed ist richtig geil da hab ich ja schon eine Ausgabe draußen ja die mögen das mögen die auch genau so oh hab ich viele Samen oh Gott ja vielleicht überlege ich weiß jetzt naja ich muss mal gucken ja musst du gucken weil wenn du heute Minecraft dann könnte ich Minecraft aufhören weil Minecraft ist ja schon zu viele Let's Play find ich auch und ich mein ganz ehrlich wenn ihr nach Minecraft gucken wenn ihr nach Minecraft gucken wenn ihr ganz normal das Minecraft Spiel ich bin normal das dann guckt ihr einfach krank Entschuldigung ist einfach so ich kann Werbung machen aber ich guck selber ich sag ganz ehrlich ich guck selber krank ich bin keiner wo es irgendwie sagt Kronk oder so ich guck den selber gerne Sarah zwar guck ich auch ne ich guck nur Kronk Kronk ist der einzigste Tümer den ich kann so echt gucke so ich hab ehrlich ähm weil ich finde Sarah zahre ist mir wieder ne Nummer keine Ahnung der hat ihn rum von Kronk so abgefärbt aber der macht auch gute Videos ne ja klar wenn du jetzt GTA zu gucken willst Sarah zahre denke ich besser aber also bei ich hab mir seine Haare Schleiffolge angeguckt ganz durch mhm ja Leute wir suchen uns hier grad ein paar Samen zusammen dass wir uns irgendwas pflanzen können und ah ein Apfel geil soo soo mein Gott ja Leute der Alex wann der wieder kommt gell und uns unsere Rohstoffe bringt von der Höhle wär mir auch gerne mal der Frage ey wieso kann ich den Apfel nicht aufnehmen ey Apfel Apfel erstmal ich muss jetzt erstmal voll viel weg gerade hier von dem Alter wieso kann ich den Apfel nicht aufnehmen was das für ne Scheiß was denn ich kann den Apfel nicht aufnehmen na dann scheiß doch auf den Apfel alter soo hör ich sehe ja keine Monster was geht ab ich sehe die greifen hier vor Lande aber ein Haus sieht doch mal naja sieht irgendwie komisch aus er sieht doch nicht so ein UFO ähm egal 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 TNT haben wir auch noch ähm geil soo dann pflanzen wir die Samen hinten auf unser Feld Leute und ja mal gucken ähm ja wie viel Folgen bringst du am Tag von äh meinem Liest raus 1 oder 2 oder wie viel muss ich mal schauen weil ich hab ja mehrere Projekte weißt du ja ja klar ich auch deswegen und ich muss auch noch arbeiten irgendwo na aber ich guck mal vielleicht 2 mal schauen 2 ja wie gesagt äh mit den anderen kannst du auch aufnehmen dann schick ich denen nochmal Kontakte und stell dich denen vor die ähm nehmen auch gerne mit anderen auf und sind eigentlich auch ganz ok so ähm ähm ja Leute vor uns am Haus wird immer alles abgefahren keine Ahnung wieso was meinst du jetzt mit dem Boy ja ja ich war jetzt auch so davor schon ich hab ja wieder hingepflanzt egal wenn ich mein Haus fertig habe kann ich ja schon mal bisschen so ne kleine Plantage bauen wenn du willst ach was man das ist doch ja kannst du gerne machen aber ja aber erstmal muss ich mir die blöde Erde weg freuen ja ich auch ich mach grad hier paar Samen und pflanzt da ein so dass ich Brote machen kann oh was war das für ein Angebot ach Gott ach Gott das ist so die reicht glaube ich erstmal für den Anfang und oh ich sehe ein paar Skeletthunds wir können ja nicht pennen weil du kein Bett hast gell schade nö aber wie es aussieht jetzt hier gleich hell oh oh Zombies ah ich hab'n bronzischwert auffassen Leute ich ficke euch ich rumsele nicht bleeeh Alter wie dumm ist die Spinne gell die läuft auf dem Kaktus rum und stirbt dabei ich mein Dummheit ist echt vererbbar so ähm ja so Leute ich bin am überlegen ob ich jetzt noch ein zweites Ding drauf baue oder erstmal in den Keller mache ich weiß es nicht weil ich mein in den Keller kommen dann eh unsere ganzen Elektrogeräte so wie ähm unsere Solarsachen und sowas also die Endmaschinen von unserer Solaranlage und jetzt bin ich halt überlegen wie wir das am besten machen also wie gesagt könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben äh ja ey das ist wohl das Puffhaus das sind einfach nur so ein paar Holzblöcke was ist das für ein Haus man von Mr. Joe Taker ich weiß hab ich auch grad gesehen ey der hat voll Kackbollen gebaut hat der wenigstens ei hat der noch ein Bett gell hat der ein Bett ei nein hat er nicht schade oi oh man ah doch warte ganz kurz geh mal in äh 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 Kolas Haus das ist eine Haus da das halb fertige der hat ein Bett und steht kurz los weil mit dem hab ich ja die ersten vier Folgen aufgenommen oder zwei drei und da hab ich den Bett gemacht nämlich oh das ist ein Creeper vor dem Haus nein 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 dumme weg vom Creeper weil mit Creepern komm ich nicht sehr gut aus wusst so ähm dann geh ich nämlich schon mal pennen wenn du jetzt auch kommst dann wär perfekt also wo sitzt da da das Haus da dieses eine halb fertige wo kein Dach hat ja ich muss erstmal weglaufen hier vom Creeper sag mal du penst so leute so ich klicke jetzt im Bett okay gut so dann hast du auch gleich einen Spawnpunkt gesetzt wenn du ähm äh stirbst oh yes so jetzt wieder hell leute und wir gucken was wir machen ähm wie gesagt ich bin echt überlegen ob wir die nächste Folge ach ne Spinne wo kommt die her da gar nicht so Fotze Creeper beobachtet dich voll mich? ich wollte was von dir oh ne nicht von meinem nein geh weg Hure ach du baust hier ein Haus hin jo nice nice so renne mal ein Zweck vom Creeper ein Spinnchen ja ich auch ich will da genau Wasser haben denn ich will äh einen schönen Strand da reinbauen ins Wasser hab ich vor ähm Brot und so ein Kack ja das auch genau ich hab jetzt grad noch ein Feld aber das Feld bleibt ja nicht Leute hier das wird noch weg gemacht nur ähm ja wie gesagt ich bräuchte ein paar Ideen das wir machen könnten also wie gesagt bitte 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 in die Kommentare wie wir das Haus bauen sollen ich hab echt keinen Plan ich bin so unkreativ wartet mal ich versuch mal was ne ich glaub ganz in Marvel sieht's auch scheiße aus oh mennooo menno wartet mal so Rainer Rape sinkt das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus ich kann mal überlegen scheiße warte mal so ach genau ja Marble ist Marmor also wenn du's falls du nicht weißt ach so ist das hier nicht übersetzt auf Deutsch äh du kannst Deutsch einstellen aber ich hab's lieber auf Englisch weil die ganzen Electric Furnace und so das kannst du alles nicht auf Deutsch übersetzen und da hab ich's lieber ganz auf Englisch und ja kannst du mal machen wie du willst also die du seins ja ich muss äh du brauch noch etwas ich würde das mal hier mein Haus müssen fertig machen ja ist klar das ist so ähm ja alter wie schnell mein Hunger herbekommen schlimm so Leute dann würde ich sagen wir machen jetzt einer auf äh allem Öl die und gehen jetzt ein bisschen essen sammeln und ja höh kein Plan mann mumpf 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 so der hat mir jetzt auch voll was gebracht dieser scheiß Apfel scheiße man ich brauch Essen ich hasse das wenn ich nur so halbe Herzen habe also halbes Hunger Ding habe ich bin da voll aggressiv ja ich bin da voll aggressiver glaub mir und ich sprinte immer so gerne und da oh das ist der Creeper geh weg aus so Leute dann holen wir uns erstmal ein bisschen was zum fressen und ähm ah in Home das Set Home haben wir uns auch nicht gesetzt scheiße ja Leute wie ihr seht ich mach einfach jetzt mal hier so ein normalen Häuschen lol die tanzen da die 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 Zombies lol das geht mit denen also das Fleisch da geil tanzen die da? ja sind gerade alle drei so alle drei in einer Reihe die haben die auf einer Stelleern fist gestanden und haben so ihre Beine hoch gemacht ne ich höre hier überall Zombies, aber es ist doch ein Tag ampf meert mit Zombiefleiss mit Scheiß Lach drauf oo das ist n Schaf guck mal das kill ich für dich ich kill es dir dass du dir Bett beäugern kannst und wie gesagt wir spielen eigentlich meistens alles zusammen du kannst auch noch mit jemandem Krieger oder dem geklauen aber was er dann bei dir macht ist halt ne anderes so weißt da können der dich ja genauso beklauen also Ist halt immer so ein Katzenmaus-Spiel hier so ein bisschen. Oh, ich hab was gefunden. Ich hab einen Dungeon gefunden. Geil. Ich hab so eine Art Dungeon gefunden gerade. Warte mal, da geh ich mal heim. Wenn ich jetzt sterbe, fick ich euch alle. Oh, was ist das hier? Ey, geil, das sind Kisten. Yes, bitch. Oh, das ist ein Zombiespawnout. Creeper. Oh nein. Und ich hab keine Fackeln dabei. Fuck you. So, kackt die Wand an. Warte ich mal. Ähm, dann... haben wir... Kohle. Läuft bei mir wieder, aber mir läuft es eben immer. Jede Folge. Keine Ahnung, wieso. Ja, bei mir läuft auch gerade mit meinem Haus. Ja, ist doch schon mal was. Ich mein... Was willst du groß machen, weißt du? In der ersten Folge bin ich voll rumgelaufen, nur. Und du machst schon was Produktives immerhin. Ist doch mal... Ist doch mal ein Fortschritt. Gegensatz zu mir, so. So, ähm... Fice Creeper, Alter. Hohne Sohn. Nehmen wir mal ganz... So, ähm... Warte mal. So, Fleisch, ey. Erstmal was essen. Wow. Wow, wow. Bastard. Wow, wow. Spiel fast tot. Fuck. Ein Herz. Wow. Wow. Wow, halbes Herz. Abhauen. Wow. Okay, da komm ich nicht so schnell ran, aber... Ey, die Sachen gebe ich nicht auf. Abziehen, Alter. Könntest du mir meinen Arsch ficken, Alter. Die Sachen gebe ich bestimmt nicht auf. Und wenn die Scheiß-Herzen sich nicht regenerieren, bin ich gefickt. Oh, wie lange dauert das? Hätten wir die Monster doch ausgelassen. Aber das war ja ein Bug. Die ging jetzt automatisch wieder. Ja, das ist eigentlich geil, wenn die Monster an sind. Ja, klar. Klar ist das geil. Man braucht die auch zum Minecraft-Spiel, finde ich. Man braucht die einfach. Das ist pflichtbar, Minecraft. Wenn du Minecraft ohne Monster spielst, Alter, was ist das für ein Minecraft? Entschuldigung. Das Projekt war auch etwas langweilig. Jetzt hat es am Anfang nicht so Spaß gemacht, wegen dem... Weil wir halt keine Monster hatten. Oh. Nur jetzt ist es scheiße. Meine Herzen regenerieren sich nicht. Von dem Monster-Fleisch bestimmt, ne? Hey, Mann. Es wird schon sehr dunkel. Nein. Warte, wer ist jetzt schon mal ein Spornhemmel? Warte mal. Wegpunkte. Geiles... Ding. So. Fertig. So, hier ist das geile Ding. Und dann laufen wir zurück. Wo bist denn du? Oh, ich bin hier noch beim Haus. Ich muss hier ein bisschen Platz machen. Da ist das geile Ding. Und das Haus ist, glaube ich, da hinten. Oh, da ist ein Huhn. Oh, Huhn. Komm her. Du kannst auch von Hunger sterben, ne? Oder auf jeden Fall fast sterben. Das ist kacke. Ja, logisch. Eisengitter, die könnte ich vielleicht mal gebrauchen. Deswegen schmeißen wir einer den weg, so. Alter, ich habe ein halbes Herz, Junge. Scheiße. Was ich rumlaufe, voll krank, Mann. Weil mir läuft ich gerade voll nicht. Nein, Mann, wo bin ich jetzt gerade? Scheiße. Ich muss mal auf die Karte. Du bist... Oh, nein. Oh, fällt. Sag mal. Ah. Kacke. Komm. Ey, wo bin ich hier? Ey, ich kann nicht sprinten. Scheiße, Dreck. Zwei Hungerbalken. Ich habe mir jetzt auch voll was gebracht hier. Ey, siehst du mich irgendwie auf der Karte oder sowas? Oh, warte mal. Die Apokate sehe ich die nicht. Oh, Mann, ich bin so lahm, Alter. Scheiße, scheiße. Ja, wir doch im Village hat aufgeblieben. Scheiße, da gibt es Essen. Aber da haben... Ich habe nicht daran gedacht, scheiße. Ich glaube... Oh, hier ist ein Hühner. Die mache ich jetzt mal platt, Alter. Die so Huren. Nein. Wenn ich jetzt einmal hinfalle, bin ich tot, Mann. Da muss er aufpassen, jetzt halt, ne? Ja, das kann ich nicht. Ich bin Bauer, Alter. Weil ich schaue immer so rum. Oh, ich verliere jetzt. Okay, ich muss das Essen. Ihr habt doch da. Hühnchen. Hühnchen habe ich da auch noch. Na, schon. Ist ja schon fertig. Reichstätig. Oh, gut. Ich schnauere mich bei jemandem essen. Ist mir egal, Alter. Aber wenn die was haben, dann klaue ich es mir halt raus. Sonst wiederholen. Kripp-Kohle habe ich eh was geliehen. Da kann ich mir was zurückgeben. Oh. Alter, ein halbes Herz. Das muss mein Haus. Hühnchen, komm her. Meine Samen wachsen immer noch nicht, oder was? Was für ein fruchtbares Feld. So. Guck mal, hier kannst du ein Bett bauen. Bitteschön, warte mal. Ich war für dich produktiv. Habt ihr Wolle gesammelt. So, Leute. Sehr nett. Bitteschön. Jetzt essen wir mal gleich das Fleischbraten. Und wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Boah, das weiß ich gar nicht. Ey, Scheißendreck, Mann. Ich bin eh dafür, dass man die Folgenlänge erhöht. Also ich muss zocken. Weißt du, wenn ich zocker, komme ich nicht mehr raus. Das ist so schlimm. So, jetzt habe ich jetzt mal Hühnchen in den Ofen gemacht. Ähm, ja, so gucken. Ey, Mann, ich habe nichts zum Essen. Ich bin so ein armes Schweinchen. Ah, doch, ich habe hier 14 mal verrottetes Fleisch. So. Das ist hier, ähm, Flaxseed. Also die Flaxsamen da. Diese ganz hellen, warm, da. Nicht diese grünen, die anderen da. Äh, ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung, Mann. Ich hab das jetzt mal gepflanzt. Gucken, was daraus wird. Ein bisschen Hasch angepflanzt. Ja, das ist auch ein bisschen hier. So. Was wollt ich jetzt machen? Ah, genau. Dach, Dach wollt ich machen. Dach. Das mach ich. Und ich wollte nochmal in dieses Dungeon gehen, da gibt es schon geile Sachen und dann läuft, da brauch ich nicht mehr in die Höhle zu gehen. Habe ich vielleicht schon mal Diamanten? Das wäre doch richtig nice. Ich kann noch nicht in die Höhle, ich bin noch nicht ausgerüstet. Nee, nee, nee. Da musst du erstmal doch anfangen von der Höhle und dann ein paar rohstoffe fahren und dann eine kleine rüstung machen eisenschwert und dann läuft es kann ich dir sagen das mache ich jetzt mal hier mein schönes dunkel ich geht sicher weg ich bin doch dumm ich hänge doch also kohle nicht mehr viel also selber nicht mehr viel ich wollte mir machen deswegen kann ich hier gehen wenn du kurz zu mir kommst oder gs penden warte war die manchmal mein dach fertig wenn das überhaupt geht so wie lange mit aufbauen ich habe keinen Plan aber war schon mindestens über Minuten versetzen egal oder weiter die 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 losgepann von die monster ich habe keine Tür gegen den es wird für kohle aus egal ich kann verschlafen läuft rentiger fliss so kurz zu mir dann gebe ich dir moment ein hobs nimmt schon langsam gestalten bitte schön dankeschön so dann laufen wir jetzt wieder zu den sie sind dann schon da oder was es war und wollen uns auf jeden fall die sachen das ist leute das heißt wenn ich hingehen so was er so was geiles bevor dann kirk holer oder irgendein misstatt showtaker eingeht wisst ihr wollen wir uns das lieber eigentlich wollte ich mit alex machen weil der brauche ich dabei weil der ist guter pvp fehler und ich räume immer alles aus ja leute die folge ist wieder in überlänge ich glaube ich muss mal mit den anderen reden dass wir die folgenden einfach erhöhen weil ich weiß nicht zehn minuten wir haben als er zehn minuten gab dann 15 jetzt wird es 15 also bis maximal 15 das ist irgendwie viel zu wenig ich weiß also mir ist es zu wenig sei ich ganz ehrlich ich brauche längere aufnehmen mitnahmezeit als die was jetzt gerade vorgeschrieben ne halbe stunde also ja für mich halbe stunde weil wenn ich was richtiges machen will weißt du da muss ich überlegen das ist ja dann kl schon was anderes ja genau und wir würden ja auch was kraften hier was erreichen ich glaube es war doch nicht so schlau dass ich dann gesagt habe zehn minuten am tag das war dann vielleicht doch eine schlechte idee gebe ich zu ja 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 hatet nicht die scheiß hater und halt ja du warst schon von rt ja 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 ich weiß ja das ist typisch alles so typisch die sind so unnötig aber leute glaubt mir boah ich bin unten bei den drohen geil yes bitch jackpot wo bist du? bei den drohen unten drin was? ja bei den boah geil ich hab ne diskette gefunden ja das ist kette ja das ist kette und ein stahlhände kann ich hier mitbringen Eisen was kann ich denn hier lassen ne alte schaufel copper kann ich auch mal mitnehmen ne sattel geil noch hier irgendwas mach ich mir das rein lass ich hier das lass ich mal hier 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 ja man ne 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 nö neue pickaxe ne läuft richtig geil Pfff ja mich auch mal mit alles so leute ich bin jetzt wieder voll und wir haben wieder hier richtig aufgeräumt und boah leute ich laufe zurück und dann ist aber auch gut für heute weil ähm Ja, ich will es nicht überziehen. Ich will es echt nicht überziehen. Ich übertreibe es eh jeden Tag schon mit meinen Folgen, merke ich irgendwie. Und ich brauche einfach mal eine Zeit, sonst ich schaffe es einfach nicht. Es ist hier eine Höhle oder was ist das hier? Was? Ich glaube, es ist so eine Höhle, weil hier stehen Truhen. Ich bin jetzt untererdet. Ja, klar. Ah, nee, das gehört jemanden. Also, da wohnt jemand. Da wohnt die Conny, glaube ich. Ups, und ich habe hier schon voll abgebaut, ey. Oh, da würde ich da hinmachen, sonst hast du wieder Stress, sage ich dir. Ich habe hier ja schon mal rausgebaut, ich wusste das, weil ich dachte, das ist einfach so. Da habe ich neue Höhle oder so, was weiß ich. Oh Gott. Warte, ich mache das mit der Erde zu. Die Arme Conny, ich bin genauso neu angefangen wie du. Das arme Schweinchen. Ja, ich mache das halt mal mit der Erde zu zu, dann ist kein Loch drin. Also, ich habe da nicht direkt unten gebaut, wo die Treppen sind da. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. So, dann laufen wir zurück und, ja. Mal schauen, ich habe jetzt wirklich richtig geil abgeräumt, also, du musst gleich mal mit den Pickings ankommen, ich komme mal kurz zu dir. Die ist lila, die ist richtig geil. Wie schnell baut du die ab? Wir gucken gleich mal. Aber ich glaube, das... Guck mal, guck dir mal an, die geile Hau. Woll. Gucken wir mal, gehen wir mal steinig hier kurz... Wo steinig? Da, ich mal in deinem Haus so stein abbauen. Du kannst kurz machen. Oder ich gehe da runter kurz, warte mal, ich mache mal hier so einen Stein weg. Oh, falsches Ding, warte. Hier. Alter, wie schnell. Uh, läuft, man. Läuft, so. Das verstaunen wir jetzt alles schnell in den Kisten hier. Was ist das für ein Haus hier, Alter? Du bist voll klein, Alter. Ja, gell, wie so ein bisschen Scheißhaufen, habe ich auch schon gedacht. So. So, dann haben wir wieder schön aufgeräumt hier. Der Onkel Dominik. Und, oh, Saphira habe ich hier noch. Einen Sattel. Irgendwann kann ich auch wegmachen. Wegmachen. Ja, kann ich wegmachen. Papier brauche ich gerade nicht. Brauchst du einen Helm? Da war ein Helm. Warte mal ganz kurz. Ich nehme alles, was man, was kostenlos ist. So. Da hingegen, ich gehe jetzt mal hier voll. Ja, den kannst du haben, komm her. Naja, warte, ich bin jetzt gerade weg. Weg gehen einfach in meine Kiste da. Ja, alles klar, ich stehe in deine Kiste und dann kriegst du auch eine Helm von uns, Leute. Weil wir auch so spritabel sind und ja, kein Plan. Oh, hast du schon richtig hier schön gefahren, muss ich sagen. Also, so aufgeräumt ein bisschen. Ja, läuft doch. Ich meine, für die erste Folge kannst du nichts sagen. Echt, also, wenn ich überlege, ich bin die letzten drei Folgen erstmal rumgelaufen, ja. Bis ich irgendwas gefunden habe, also, kann ich nichts sagen. So, Leute, bei uns läuft, wie schon gesagt, Kommentare unter www.domehd.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde mich einen Daumen hoch sehr freuen. Und ansonsten kann ich nur sagen, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ähm, ja, du hast das letzte Wort, äh. Ähm, ja. Boah, ihr habt hier so krankvoll im Blackout, ey. Keine Ahnung, hm. Ich hab halt, äh, zum meinen Tuschauern auch, ne, und zum Dommeln. Ich hoffe, dass, äh, es euch gefallen hat, dass ich auch jetzt dabei bin. Wie findet ihr mich? Schreibt das mal unter die Kommentare, bei Dome oder bei mir. Jo, genau. Und, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ja, und ich würde sagen, ähm, wir beide sind jeweils bei dem anderen in die Videobeschreibung verlinkt. Dass ihr auch den anderen Part gucken könnt. Und, ähm, ich sag tschüss, äh, und, ja. Ich würde sagen, nächstes Mal am Haus weiterbauen. Tschüss.